ja ich krieg mich online angezeigt hallo zusammen falls jemand mit reinschaut falls nicht trotzdem hallo ich glaube es funktioniert und ich bin gerade begeistert was mir twitch hier an ihr mit dem stream das ist ja wahnsinn ja wie man sehen kann ich stream fiesta ist du mal den titel eingeben fiesta online online der neue einstieg so der neue einstieg so passt schon vielleicht auch noch groß schreiben so schön aussieht so wunderbar aktualisieren ich höre mich selber also nicht wundern falls jetzt doch jemand schon zu gucken sollte ich finde es witzig doch da so 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 ok nochmal aktualisiert ok so funktioniert ja seit wann geht das man kann die qualität jetzt hoch stellen ja gut das ist eine einstellungssache also das ist dann wirklich einstellungssache wie ich dachte das geht nur wenn der twitch abonnet man muss auch sagen das geht halt auch dementsprechend wenn man die gute leitung hat ne ja die hattest du ja die ganze zeit nicht okay ich gehe mal rein ich habe wir haben schon mal angefangen master und ich master ist im übrigen auch da hallo master auch für dich hat drei zuschauer ernsthaft seid ihr bekloppt ja wir haben hier schon mal angefangen mit dem mit dem mit dem kreuz sie was mal angekommen was ich angekündigt hatte ich hoffe es läuft auch so flüssig wie es hier aussieht also keine ahnung kann es jetzt gar nicht so genau sagen es wäre aber sehr schön muss noch ein bisschen einstellen was die also sind das team das können wir mal einschalten was ist das hier kann man das auch einschalten ich weiß es nicht ich lasse es mal eingeschalten es wird schon gut gehen hoffe ich wir können sie mal ganz nach oben machen und zu gucken was das hier eigentlich ist ich habe schon so lange nicht mehr gestreamt es macht nichts am video also daher lassen wir es mal so master black hallo zusammen hallo bist du das master black ich war mir eben nicht sicher um ehrlich zu sein okay gut was nun so questen wir oder was machen wir gibt es jetzt spezielle super hyper trick wie wir jetzt direkt level 80 sind dass ich meinen großen holen bis level 80 wir ziehen uns auf level 61 und dann gehen wir ins schloss mit dem kreuz so machen was so geht es am einfachsten und am schnellsten ganz klar wer ist denn boi wo steht das keine ahnung ich habe freundschaftsanfrage von boi zugeschickt kriegt keine ahnung wer das ist auf was würdest du denn skillen also ich hatte jetzt überlegt voll auf stärke zu gehen aber ja das der schickt mir auch freundschaftserfreude ich glaube der ist von fierster der der gerade zuguckt also ich habe das so gemacht weil ich ich würde bei dir so 25 korn wegen krit das macht nichts bei kreuz wie mit mana oder so aber ich würde einfach beziehungsweise wegen kreuz machen fünf kreuz ist immer viel und rest einfach stärke gäst brauchst du nicht okay also 25 korn ja und rest stärke und den rest auf stärke das mal weil du später im späteren fall holst ja eh rüstung oder tropft rüstung wie auch immer und aus gästen müsste dann drauf sein fertig gut boi nein ich möchte keine freundschaftsanfrage geschickt bekommen ich weiß nicht wer du bist du schreibst nicht mal anders so nehme ich dich auch nicht an ich nehme nur leute an die mich auch anschreiben und sagen hey ich bin der so und so und ich habe kein reittier auf dem auf dem auf dem tscher kann so glücklich sein weil ich habe gestern ein verkehrer gemacht der geht noch sieben stunden ich habe gestern mit ecke aufgenommen doch hör auf doch was ist ja hammer wo gehen wir hin nach uro wahrscheinlich noch und ich hole dich ab das ist schön hast du einen doppelten deswegen habe ich ja gesagt dass das habe ich extra für ecke rausgeholt hat oder da kannst du auch jetzt mit rein der geht noch sieben stunden ja wenn du mich in die gruppe einnäht ach so ja schlag ich mal ein genau mach das mal so der gute alt der gute alte strand pack ist gold peach ist der nicht ein traum das ist wirklich erfährt so bei uns würde man dazu sagen kängurubenzin spaß also hast du in uro schon die quests angekommen nein ok dann gehen wir jetzt hin du sagst wo wir hin müssen ich log so überall ich habe das gefühl wir müssen überall hin so warte wo muss ich aufbauen fiesta wir freuen ich glaube zu schmied musst du warte ja ich kann die karte leider nicht öffnen doch jetzt hat ja ich muss zum schmied und ich muss ohne zu die ganze händler wenn du mal ich laufe mal zum schmied einfach hin bist du jetzt da ich fall over bei runtime error fiesta du bist so schön ich hab kein wort verstanden soll ich mir für dich den schrei raushauen ach nein lass mal das ist mein erster stream nach so langer zeit das muss jetzt nicht unbedingt sein ruhig werde gehostet von 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 zig sam das ist aber lieb von dir wie gehostet wie ich werde gehostet auf gehostet heißt so viel wie das ist jetzt ein anderer streamer und der hat mich hat bei mir so eingestellt sobald ich ein stream starte wird auf seinem kanal mein stream läuft zeit mein mein stream besser auf seinem kanal wodurch ich ja wodurch der stream halt mehr zuschauer bekommen also die sehen dann über seinen kanal meinen kanal weißt so ist das gedauert wunderbar alles so teuer ich in die räumchen finde ich das das ist sehr schön jetzt ohne scheiß jetzt hast du mir was angetan das war jetzt schon so lange nicht mehr on und habe so lange nichts mehr mit fiesta zu tun gehabt und weil du gesagt hast soll ich mal ein schrei für dich raus haben ich habe irgendwie gerade so voll das kribbeln im körper ob mich überhaupt noch jemand kennen würde also nicht den schrei marian das stream gerade sondern hey kennt eigentlich noch jemand den streamer marian das oder den fiesta let's player marian das würde mich einfach mal interessieren ob es noch jemand gibt der darauf antwortet wäre interessant für mich einfach nur ich mach das für dich aber erst mal jetzt die gruppe ich hab dich nicht als freund ach guck mal da bist du ja so ich habe ja auch gleich hier alles angenommen das ist nur noch hier und die stadtmeisterin und dann bin ich hier fertig mit annehmen einfach nur so du hast jetzt meinen stream aber nicht nebenher offen oder doch doch hast du offen aber das geht ja inzwischen zeit bei dir das interessiert mich bloß weil ich habe ja zwei zuschauer das heißt einer guckt aktiv zu hallo und oder wird der host auch automatisch als zuschauer das weiß ich nicht so vorher wo ich noch nicht reingeguckt habe stand da null also ich glaube dass du nicht zählst nein nein nicht ich ich meine der ja ich zähle sowieso nicht wenn ich mir zuschauer nein nein ich meine sondern der der mich gerade hostet also ob der als als zuschauer zählt dadurch weil er guckt ja theoretisch meine folge dadurch dass er hostet ich bin mir nicht sicher keine ahnung aber ich glaube ich mache mit dem hier jetzt bloß ein bisschen den anfang muss ich ganz ehrlich zugeben und danach einfach mal was anderes gucken hast du schon geschrieben ich schreibe gerade noch also du schreibst noch ich muss gerade ja ich finde es dass das schreien ist immer so ein bisschen merkwürdig so okay ja bitte schon energy warmes erwachsenen energy für deine also hast du hast ja mal auf ding was war das gepostet dass du mal was her eigenes hergestellt hast ach so auf facebook war das gott facebook dass das ja ja ich habe ich habe macht momentan es ist noch nicht fertig das dauert insgesamt drei bis ja so 14 bis 14 bis 20 tage bis mit fertig ist das ist honigwein ok also mit selbst gemacht ist echt geil und ja du brauchst auch theoretisch gar nicht viel mir geht gerade die nase zu ich muss mal ganz kurz aber mach mach jetzt jetzt hallo Alles klar, wie so ein kleines Mädchen, what the fuck Hallo, ich bin die Bertha Hat dich schon eine Anke geschrieben? Nö, bis jetzt noch nicht, wer soll mich denn anschreiben? Hast du schon geschrien, oder was? Naja, mit deinem Namen sogar noch Ach nee, das wollte ich nicht Scheiße Ich wollte einfach bloß wissen, ob das jemand kennt Okay, die haben es locker nicht gelesen, warte, dann mache ich doch mal so Und dann mache ich mal Nee, ist schon okay Muss nicht, muss nicht, das war einfach bloß einmal zum gucken und fertig, mehr wollte ich gar nicht Zeif Huch, das wollte ich auch nicht Was da? Ich habe aus Versehen was bei Twitch eingestellt gehabt, was ich nicht haben wollte Bist'n du eigentlich? Äh, ich bin hier unten Richtung Schloss gelaufen Achso Wo gehen wir hin? Äh, du musst mir sagen, was du, äh, hast für Quests Pixi-Flügel, Pingi, Ork, junger Asch und Pixi, dunkler Kristall Okay, dann kommen wir mit Steig in Ich steig normalerweise nicht zu Fremden ins Auto Wir sind ja nicht mal befreundet Ich habe doch ein Gummibärchen-Auto, guck mal nach unten Gummibärchen im Auto? Ich will auch Gummibärchen Sehst du, jetzt sind wir halt befreundet, das ist doch schön So Ah, okay, Anzahl Aha Aha Was schon? Ne, ich finde es, ähm Ich finde es interessant, was es Ich, ich habe über Twitch ja Am Anfang zwar gestreent, aber Da gibt es neue Einstellungen Ne? Und, ähm Und es ist interessant, was es für Möglichkeiten In, in Twitch auf einmal gibt Die hatte ich im YouTube nicht, ne? Okay Und das ist halt, das ist halt unglaublich interessant für mich gerade Huch, ich bin ausgestiegen, das wollte ich nicht Oh, genau, ich mache dich noch zum Meister Ja, genau, die, die hässlichen brauche ich Die nerven ja Ja, gut, dann wollen wir mal Denk dran, das außer Halt nicht, ne? Warum? Das ist ein Tag Ja Das habe ich geschenkt bekommen von Jamiko Ja, entschuldigung Warum kriegst du sowas geschenkt? Haut mich nicht, nein Haut mich nicht Hört auf Aua Warte Ähm V? Ah, ja Sammeln 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 Da aufsammeln Geil, da muss ich erst mal So Oh yeah Was, was, was ist los? Hm, was? Warte Ja, was? Was machst du denn? Ich, ich bin eben Andy Crowe ist einer von uns Hi Andy Ach du Ich bin eben voll erschrocken Weil ich damit nicht, ich habe damit nicht gerechnet Auf einmal macht es Oh yeah Und ich denke, Alter, was ist das jetzt? Ich habe schon gedacht, es steht jemand neben mir Mein Herbst Oh, ich sterbe Wie geht's denn eigentlich, denn der Klein und dein Anderen Klein? Ach, denn der Zweck jetzt, großartig Kleine Giftzwerge, alle beide Hast du Interesse an denen? Ich verkauf die sehr, sehr günstig Alles klar Nein, Quatsch Quatsch Die Zweck Mäuse, die sind schon Warte mal, mach ich gerade mal so Dann kann ich besser aufsammeln Ähm Ne, das ist schon Das ist schon schön Also dadurch Wasch das Zweck Hina dann Und Ist schon Es ist schon ein Tick anstrengender, ne? Es ist anstrengender Auf jeden Fall Weil du einfach Ähm Viel weniger Zeit hast Und viel mehr Lautstärke vor allen Dingen In der Wohnung Das ist halt auch sowas Aber es ist halt auch Unglaublich schön Es ist unglaublich schön Schon allein, wenn die Kleine dich anguckt Wenn der Oder wenn der Groß wieder einer auf frech macht Ne? Das ist Richtig schön ist das Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht sterbe Aber es geht gut, es geht gut Also ich habe schon 65% der Quest gemacht Also guck mal Jetzt habe ich nicht mehr Dings Äh Oder ich muss mal Sprint rein Sack Guck mal mein Face an Jetzt habe ich nicht mehr das alte an Ich habe mir Coupon gekauft und habe den umgestalt Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie du aussahst Ich sah so aus grüne Haare und einfach ein ganz normaler guter Junge Der einfach immer auf seinen Eltern hört auf Achso und jetzt machst du einen auf böser Junge Ich bin zwölf Ich darf jetzt böse sein So nach dem Motto Auf jeden Fall Du bist schon älter als zwölfer So nach dem Motto läuft das jetzt Sei nicht so böse Das war schon ganz schön knapp Das war mehr als knapp Ich hatte nur noch 25 HP Mach die doch platt Was machst du denn? Achso Oh da ist ja noch einer Die kämpfen hier noch voll gegen mich Ich sterbe hier Mach den kaputt Achso da ist ja auch noch einer Alter Was machst du denn? Du lässt mich sterben Du lässt mich Du lässt mich einfach knallhart sterben Geh von deinem scheiß Gaul runter Ich muss mich gerade aufladen Achjo der Herr von und zu Weißt du ich sterbe hier und du musst dich aufladen Ist ja Wahnsinn Okay Jetzt habe ich keine Lust mehr Ähm Reit den mit dem Motto Jo okay Wir machen mal eine Sprint rein Dann sind wir noch schneller Hey Ich finde es immer noch interessant Dass sich das hier mit dem Auto stapeln tut Das ist eigentlich voll verbuggt eigentlich Dürfte das gar nicht sein Das mit dem automatischen sortieren oder was? Oder von was redest du gerade? In der Sprintrolle Dass das Auto da Mitwirkungen hat Ich finde es gut so Warte mal Mach noch die Pixie platt Ich brauche noch die Dinger von der Oh Pinkie meine ich Pinkie Von Pixel bis fertig gell? Hm? Pixies Äh Pixie Flügel habe ich jetzt 40 Ja genau da bin ich fertig Warte mal ich brauche noch 25 Pinkie Archons habe ich brauche eigentlich nur noch Pinkies und Archon Und klinge wir jetzt mal Archon und Pinkies gehen Alles ist das so blöd? Gibt es keine Schnelltaste für zum Einsteigen? Das weiß ich nicht Mann Die Jugend verreut Mann ey Mann ey Mann ey Kauft mir ein Auto Schmeckt scheiße Wenn es warm ist Ich trink kein Energy mehr Hm das ist Bambl Bambl? Bambl? Das ist Bambl? Bambl? Ja Apfelsaft Der schon etwas älter ist Ach soo Der noch ein bisschen Alkohol schmeckt Nein Nicht? Der schmeckt nach Apfelsaft Bloß Alter Apfelsaft Sehr alter Apfelsaft Du kennst aber wahrscheinlich Apfelsaft Apfelsaft Gern Ach nein Nein Ich kenne keine Apfelsaft Äh Kennt nicht jeder Spaß Nein auf jeden Fall Äh Wenn es ja länger steht Schmeckt es ja nach Alkohol Ne? Weiß ich nicht Ist schon Keine Ahnung Es gärt irgendwann bestimmt mal Ich bin zu tot Oh Doch nicht Okay Ich bin begeistert Okay Die sind auch fertig Gut Dann geben wir jetzt wieder noch Uro Ich brauche jetzt nur noch die Ratten Also die Kristalle von den Ratten Buch der Templer Buch der Erztempler Ähm Und das Harkahn Und halt die Pinkie Lass uns erst noch die 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 kleinen Dinger machen Dann kriege ich Level 61 locker zusammen Die Pinkies Die andere Richtung Andere Richtung Die Erzmagier Bücher Und die Harkahns Achso die stehen da? Naja die sind da Ja die sind da Dann wusste ich gar nicht Ja links sind die Harkahns Da rennst du einmal durch Und dann habe ich Ich brauche bloß sieben Stück Das Ding ist Ich mach die nie Ja ist ja kein Problem Ich wusste nicht mal dass hier welche stehen Ja mach nix Ich mach bloß HP was So so EP bisschen So das wars schon Wie gesagt braucht bloß sieben So Jetzt Pinkies ne Jo jetzt Pinkies Na Ja gut Du machst die kleinen halt nicht Ich hab halt noch das Die Erzmagier Bücher Achso ja dann lass Ja lass die machen wenn wir schon da sind Das sind 10 Stück Pfff was ist das Da rennst du jetzt einfach mit dem Du kannst doch kiten Ne Nein ich bin zu dumm dafür Ja okay das macht nix Ich muss auch dumme Kite da gäbe los Das ist so das ist ja nix da Man muss mit rennen Ja klar aber ich muss ja aufsammeln Mach du ruhig Mach du ruhig ich verfolg dich Los komm Lauf Du musst ein bisschen laufen Faules Stück Ey Faules Stück lauf Ja nicht super Fährt 30 Meter mit dem Auto vor Und dann fängt er zu laufen Jetzt musst du halt mal langsam machen Junger Mann Das ist doch mal ein Sprint-Buff Jetzt hat er noch ein Sprint-Buff drin Mann ey Mann ey Als hätte man nix anderes zu tun Boah Ich würd gern nen Shooter spielen jetzt Ich hab voll Bock grad nen Shooter zu spielen Overwatch Also hab ich schon lange nicht mehr gespielt Boah das müsst ihr ja erst updaten Das wär ja unglaublich lange Fortnite Ist ja ein Event Fortnite Mein Bruder ist am Lernen Ach das kannst du bloß am PC Ja Traurig Grad so ein kleiner Laptop Na ja gut Na ja gut Na ja gut Ich bin's auch an 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 PC Ist das nicht begreifend? Ist das nicht begreifend? Äh ja Aber ich hab äh Kein Epic-Country mit Mal Also ich hab das nicht verbunden Achso Ich verspannte mich da ganze Zeit voll Ach Eki Wer klingelt denn jetzt bei mir an der Tür? Warte mal ganz kurz Ich erwarte nämlich Post Ok Sekunde ich bin gleich wieder da Leute Achso ich geh mal so raus Ich hab keine Hose an Ich hab keine Hose an Alles klar Ich hab keine Hose an Ich hab keine Hose an Ich hab keine Hose an Die Hose an Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich werde noch viel Spaß haben, hier irgendwie mal die Viecher hier zu gehen. Ich schau dir zu. Die machen mich dauerfessel. Oh ja, endlich. Ein Traum. Jetzt mach dir aber auch mal Blatt hier. Hey. Was, hey? Oh ne, ich bin schon wieder gefesselt. Alter, drei Stunden für den kleinen Gegner. Hallo. Nein, dann wirst du mit mir jetzt fahren. Wir warten einfach. Ey, jetzt bin ich schon wieder gefesselt. Ja, aber es sind ja jetzt weniger. Würde ich eigentlich gegen einen von denen ankommen? Warte, ich würde auch den und dann kannst du es aber probieren. Ja, genau den wollte ich gerade angreifen. Ach ja, gegen so einer wär ich auch. Komm, das ist die Stimme. Aber dann mach ich mal die... ... Ohrringe. Ja. Ich hab noch keine... Doch, ich hab eine. Oh nein, alle. Okay, jetzt entspann ich mich mal und jetzt machst du mal. Hm? Nö, ich hör dir nicht zu. Ich mach das jetzt einfach mal auf Dieter. Ich helf dir mal, dass das da mal... Na? Voran geht, gell? Ja, ja. Kennst du eigentlich schon den neuen Film? Kennst du schon den neuen Film? Star Wars Solo? Nö, nein, Master, ich lebe hinterm Mond. Ich habe noch nie etwas von Star Wars gehört. Was? Nein, aber hast du von Solo was gehört, als du geguckt oder so? Das meinte ich damit. Guckt habe ich es noch nicht, aber ich habe gehört, dass es der schlechteste Star Wars Film aller Zeiten gewesen sein soll. Oder ist? Ja, schon. Hat die schlechtesten Einnahmen an der Kasse gemacht von allen Star Wars Filmen. Schämen sollte sich der Film. Aber es war klar. Es war irgendwie klar, dass das da... Dass das so ist, weißt? Weil wen interessiert in die Vorgeschichte? Von dem... Vom... Solo. Han Solo. Ha, ha, ha. Tja. Ein Traum. Guck mal, ich verkaufe Adler... Äh... A-Karte. Sofortkauf 600cam. Was ist denn ein Adlack? Das ist ähm... Dings... Äh... Sind wir erst in 5? Nee, oder? Nee, wir sind doch viel höher, oder? Hoffentlich. Was? 5? Da war nur eine 5. Welche Etage sind wir? Weiß ich gar nicht. Hier steht jetzt V und so ein Strich. Wirst du die römisch zahlen? Kannst du die nicht? Nö. Was lernst du in der Schule? Ich kann die nicht. Das ist der 6. V ist 5. Ich kann die... 5 ist... V ist 5, oder so. Ja, das weiß ich auch ewig gesagt. V ist... Nein! Doch, das habe ich ewig gesagt. Du hast mal bloß zugehört, du mir. Sag... V ist 5. Und der Strich ist immer eine 1. X ist 10. Ne? Mhm. Mhm. Zum Beispiel Strich V wäre eine 4. Weil das ein Strich vor der 5 ist. Wäre dann eine 4. Weil man keine Lust hatte, 4 Striche nebeneinander zu setzen. Alter, ich bin schockiert, empört und kurz vorm Verzweifeln muss ich ganz ehrlich sein. Ich habe ne Scheißschule. Was erwartest denn du? Ja komm, hier kommt der Turm. Vielleicht kommt der Stäbe oder das Böhmchen raus. Das wäre lustig jetzt. Hä? Ich kann da nicht rein. Ja, hast Glück gehabt. Ja, das... Verpackte muss auch noch rumgehen. Hä? Ah. Ja, die... Die WDH kann ich ja jetzt eh nicht mehr annehmen, ne? Ähm... Du hast... du hast sie doch noch. Jaja. Aber ich kann sie nicht nochmal abgeben dann. Das meine ich. Nein. Aber IP ist in IP. Brauchst du immer so lange? Ne, ich war gestand. Mhm. Dankeschön. Oh, da Questet sind nochmal, oh Jufi. Aber Ex-Mann. Ah. Ah. Ja, okay, jetzt muss er kurz raus und bleiben, weil ich musste ne Säule kaputt machen. Jaja, ist schon okay. Hä? Wieso musst du die Säulen kaputt machen? Die haben... Der Ex-Mann hat doch Buffs dran. Ähm... Death und zusätzliche Schaden. Mhm. Und ähm... Und ähm... Das ist nicht mehr so gerne. Achso. Kennen Sie das also verbessert? Und das war schon früher so, wo du auch Schloss gemacht hast. Ja, aber wir hätten es nie äh... beachtet. Weißt du, wie ich mein? Ja. Mhm. Er geht halt schneller da unter und was er. Mhm. So, mach ich mal. Zuck, zuck. Das praktische hat bei Kreuz ich und braucht keine Mana, ne? Das ist ein Lichtseelen da. Ja, das ist schon praktisch. Das fühlt sich halt auch extrem schnell immer wieder auf, ne? Ja. Ich hab jetzt 200 wegen HPV. Schade wär's halt, wenn's halt ähm... immer äh... 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 ich habe die immer aus langweilig hört man ja gar nichts ja wenn ich jetzt über leckern mache dann möchte sie nicht so viel zumuten weil wir ohne aufladekabel geht es sogar hast du kein aufladekabel doch habe ich ja dran der muss da muss daran sein und der pc jetzt schon aus das ist so geil wie ich den tank habe ja also kreuzi ist schon nicht schlecht das stimmt schon allerdings sonst ist hier überhaupt kisten aufzumachen nein gar nicht das 5 prozent chance vielleicht so was rauskommt oder dieses dieses die mittel und sowas diese diese materialaufwertung oder abwertung oder zerstörung und blablabla das unnötiges zeug ne war lustig ich danke dir das hat spaß gemacht ich würde dann aber auch jetzt sagen dass ich mit fiesta aufhören jetzt ganz mein leben lang meine ich so nie wieder noch schnell mit der klinge machen was für der klinge die jockey klinge das ist jenny's account das muss jenny machen was so kann sonst müsste ich mich jetzt extra umlocken das kann man später machen wenn die jenny da ist um 18 9 zu uhr ok ok dann gehst du mal wenigstens nicht mehr auf den sack mit der klinge die gehört aber in der channel nicht hier doch doch die gehört mir die euch ja früher für jenny gekauft die hast du für jenny gekauft so ist es genau jenny hat gedacht das ist ein geschenk für sie gewesen also das hat du hast ihr das geschenkt gehabt in dem video da habe ich alles reingesteckt meinen ganzen games kann ich mir nicht vorstellen nein ich kann ja mal gucken ja ich ja warte mal ich log mal ich log mal auf jenny's account werde ich jetzt noch die account daten im kopf habe kann ich das mal machen dann dann gucken wir mal dann schauen wir mal ich sag mal ach ja ich muss vielleicht abmoderieren ist ja für youtube mal danke fürs zuschauen ich mache jetzt noch mal ins stream mache ich weiter und hier auf youtube sage ich mal tschüss haut rein bis zum nächsten mal wir sehen uns in der nächsten folge wieder und beim stream geht es jetzt gerade weiter also dranbleiben